Okay, da habe ich ein 10 Jahre wieder und heute mache ich eine Reaction auf Fero 47 Puerto Rico. Also ich habe hierfür kein Video gefunden, es tut mir echt leid, aber wir gucken mal. Er sagt, bin ich immer noch derselbe, selbe bin ich verrückt oder bin ich am Ende? Okay, dieser Zeitpunkt ist richtig krass, Leute. Und ich finde am Anfang, ne, meine allererste Single, Jaja war richtig, die war nicht cool. Aber jetzt, also Leute, es haben schon über 70.500 Leute dieses Video angeschaut. Und, ähm, der hat aus denen so viele Abonnenten und ich finde den natürlich krass, außerdem seine Stimme. Und, joa. Er hat gesagt, meine Jungs sagen, es ist eine Legende oder ich bin ja die Legende. Ich habe es irgendwie nicht verstanden, bitte schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie er das sagt. Aber meistens verstehe ich es ja gar nicht. Bei einem Video habe ich auf Fero meine Reaction gemacht und da habe ich auch meistens nichts verstanden. Und das ist hier genauso. Genau ist das so. An diesem Zeitpunkt hat er etwas auf Kurdisch gesagt. Er hat gesagt, Bruder, bleib an deinem Platz sitzen. Das heißt, ähm, also der hat das halt gesagt auf meiner Sprache, Kurdisch. Also, hier sagt er, durchdreh, durchdreh. Aber er sagt ja so richtig lange, dann ist seine Stimme halt nicht so krass und, ja, was soll ich sagen, der ist ja nicht so krass, wie man denkt. Weißt du? Okay, wir gucken weiter. Leute, ganz kurz, schreibt mal bitte in die Kommentare, was Lodiko bedeutet. Wer sagt das und ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe nur bitte in die Kommentare, was das bedeutet, wenn ihr diese Sprache kennt. Also ich kenne diese Sprache auf jeden Fall nicht. Aber der ist auch Kurde. Dieser Ripper ist auch Kurde. Und er sagt, Puerto Rico, geh, hier im Lamborghini GT. Ich muss er sagen, Puerto Rico, hier im Lamborghini GT und nicht Puerto Rico, G. Kommt noch ein G, muss der da oben hin, nicht nur Puerto Rico, hinschreiben, sondern noch ein G und ein E. Bisschen Leute, was ich meine? Also Leute, ich feiere dieses Video, ich feiere dieses Rap, diesen Rap. Ist richtig krass, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Majaja von Ferro feiert oder jetzt dieses Lied Puerto Rico. Also hier an diesem Zeitpunkt macht er alles von neu. Und hier wird dann alles wieder wiederholt. Und hier wird dann alles wieder wiederholt. Was ich daran liebe, ist, wisst ihr, wenn ihr Rapper sein wollt, wisst ihr, was ihr machen müsst. Ihr müsst, bevor das Video so halb zu Ende geht, noch ein bisschen den Beat weitermachen dann. Bei den meisten geht dein Beat noch ein bisschen weiter. Aber anstatt das Video sofort zu pausieren und dann ladet ihr das auf YouTube hoch, das geht gar nicht. Ich muss auch ein bisschen den Beat weiterspielen lassen, dann ist das Toros Mai geiler. So wie hier, dann lässt ihr auch den Beat weiter ein bisschen spielen. Ja, Leute, dieses Video hören wir nicht. Vielleicht mache ich ja morgen oder übermorgen eine Reaction auf Anno Blackberry Sky. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace!